Willkommen zu Rainer Wein, dem politischen Podcast aus Wien. Mein Name ist Gunther und mein heutiger Gast ist Benjamin Foyan von Studenten stehen auf. Benjamin, ich grüße dich. Danke Gunther, dass ich heute hier sein darf. Du bist ja schon mal hier gewesen, Benjamin. Wir haben uns dort ausführlich über die studentische Bewegung, Studenten stehen auf, unterhalten, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entstanden ist und vor allen Dingen mit den Entwicklungen, die an den Universitäten stattgefunden hat. Unser erstes Thema war die Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Organisation, also wie sich Bewegung organisiert. Jetzt treten wir in eine neue Phase ein in dieser Pandemie, nämlich dass weltweit diese ganzen Maßnahmen, also Abstand, Massenpflicht und so weiter, aber auch bestimmte, vor allen Dingen Betretungseinschränkungen in Institutionen wie der Universität zurückgefahren werden. Existiert Studenten stehen auf noch oder seid ihr schon am zerfallen? Selbstverständlich. Vor allem sind wir gerade in einer Zeit, die man nicht wirklich getrost als endgültige Endphase dieser Maßnahmen-Pandemie bezeichnen kann, weil es doch noch einen wesentlichen Unterschied zwischen ausgesetzt und aufgehoben gibt, den auch die meisten Leute im Widerstand verstanden haben. Es ist vielmehr eine Zeit, wo man sich reorganisieren kann, Strukturen verfestigen kann und dementsprechend auch gestärkt natürlich in neue Situationen, wie beispielsweise im Herbst, wo man fast davon ausgehen kann, dass die Impfpflicht dann wieder scharf geschalten wird, zurückgreifen kann. Also ist es so, dass jetzt in irgendeiner Form sich das auf euch ausgewirkt hat, von den, also von euren Aktivitäten, dass man jetzt losgeht und diese ganzen Sachen zurückschraubt? Also seid ihr dann quasi beschäftigungslos, oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Weil ja der ursprüngliche Part ja immer war auch gegen diese Impfpflicht, aber eben halt auch gegen diese Beschränkungen grundsätzlicher Art etwas zu unternehmen. Also man unterstellt Studenten ja immer wieder, dass sie zu wenig zu tun haben und nur auf der faulen Haut legen. Ist bei uns tatsächlich nicht so, weil sich mehr schlichter Fokus verschoben hat, weil natürlich in einer Zeit, wo es die vielen Megademos gab, war es mehr oder weniger klar, wohin man am Samstag geht. Aber jetzt ist dieser Tag frei geworden, dass man zum Beispiel Planung betreibt, Basisstruktur aufbaut. Das heißt, das Level an Aktivität ist fast noch gestiegen, weil die Leute in dieser Zeit, wo es dann zumindest marginal weniger Druck gibt, auch motivierter sehen, daran zu arbeiten, dass falls dieser Druck wiederkommt, dass man dem besser entgegensteht, dem besser standhält. Sprich, es ist weniger ein Zurückziehen, als ein Verlagern. Worauf setzt sie aktuell den Fokus? Gibt es da etwas auszumachen? Also was steht jetzt im Vordergrund? Du hast gesagt, neue Strukturen und Verfestigung von Strukturen. Wie muss man sich das vorstellen als Laie? Also im Wesentlichen geht es darum, dass Sachen ein bisschen organisierter ablaufen, weil wir sind zwar studentisch, aber es macht natürlich Sinn, wenn eine gewisse Planung auch reinkommt. Dementsprechend weniger eine Spontanität alleine als Spontanität verbunden mit Absprache zum Beispiel. Sprich, dass man sich auch öfters zusammensetzt. Jetzt war ja der Ausgangspunkt, also diese Maßnahmen gegen Corona, jetzt fallen die weg. Sind dadurch auch Menschen, die sich also eurer Basisorganisation angeschlossen haben, also sind die abgesprungen? Also habt ihr Schwund sozusagen bei den Studenten? Geben Studenten auf oder sagen, wieso, wir haben jetzt alles durchgesetzt, man braucht uns nicht mehr? Tatsächlich nicht, weil ich beobachtet habe, dass der vermutlich auch gewollte Effekt der Aussetzung der Impfpflicht höchstens bei eher unentschlossenen Mitgliedern des Widerstandes dazu geführt haben, dass sie jetzt weniger aktiv sind. Bei Studenten stehen auf, vor allem was die Gruppe betrifft, die sowieso immer dabei ist, habe ich das nicht im geringsten gemerkt, weil da wirklich jeder einzelne Dinge verstanden hat, was das bedeutet, wenn ein Gesetz ausgesetzt ist und vor allem natürlich auch in den Herbst blickt und sich fragt, ob dann wieder natürlich ins groteske verzerrte Fallzahlen und Inzidenzen präsentiert werden, als Rechtfertigung dafür, dass man das wieder aktiviert, dieses Gesetz. Und dementsprechend kann ich da ganz sicher sagen, nein, da habe ich keinen Zurückgang von Aktivitäten gemerkt. Wie muss man sich das jetzt im richtigen Leben des Studenten vorstellen? Also die Universitäten sind jetzt wieder auf und sagen, hallo, ihr kommt alle wieder zurück, ihr dürft jetzt wieder rein, Maske braucht ihr nicht, geimpft haben müsst ihr nicht. Also ist das wieder der normale Ablauf, den man jetzt an den Universitäten bzw. Hochschulen findet? Eindeutig nein. Aus dem simplen Grund, dass zum Beispiel die Masken im Innenraum wieder eingeführt wurden, dass es zwar keine G-Kontrollen aktuell, glaube ich, gibt, aber wie gesagt, dass man im Innenraum noch immer Maske tragen muss. Vor allem habe ich auch Erfahrungsberichte von Studenten gehört, wo die Vortragenden dann vor einem Test die 3G-Regel zum Beispiel kontrollieren, obwohl sie nicht gilt. Was natürlich das ganze Art Absurdum führt, weil wenn man beim Eingehen nicht kontrolliert wird, warum sollte man dann in einem Saal kontrolliert werden? Das Problem ist natürlich, dass die Professoren, Vortragenden oder Prüfer auf eine Art und Weise, die ich nur als Grupp bezeichnen kann, ihre Macht ausnutzen, um ihre persönlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit und Idealismus zu verfolgen, indem sie natürlich genau wissen, dass der Student nicht unbedingt sich mit seinem Prüfer verscherzen will und sich dann vielleicht so genötigt fühlt, einen Test zu machen, obwohl es nicht notwendig ist rein rechtlich. Also auch wenn rein formal einige Sachen gefallen sind, merkt man dann auch, dass es da einzelne extremistische Individuen gibt, die ihre Alleingänge machen und versuchen, Macht auszunutzen. Gibt es da etwas, was man ganz speziell beobachten kann? Also betrifft das bestimmte Fachbereiche oder auch bestimmte Alterskohorten, die sich daran orientieren oder zieht sich das einfach durch alle Bereiche durch, wo man sowas finden kann? Ich würde tatsächlich eher sagen, dass es sich durch verschiedene Fachbereiche zieht, weil es in einigen Bereichen natürlich schärfer gestaltet wird, wie mit Andersdenkend umgegangen wird, wie beispielsweise im medizinischen Bereich, wo ja sehr Wert darauf gelegt wird, dass alle gleichgeschaltet sind als, sage ich mal, ein bisschen provokant zukünftige Pharma-Referentinnen im Arztberuf. Aber sonst tatsächlich findet man an jeder Fakultät verschiedene Meinungen, wenn auch nicht ausgeglichen, sondern vielleicht in Minderheit. Und deshalb kann ich noch einmal betonen, dass das wirklich eher Individuen mit recht radikaler Geisteshaltung sind, die absolut alles Andersartige ablehnen, wissenschaftlichen Diskurs vollkommen verneinen und auch verbieten, weil sie im Notfall sagen, wenn sie jetzt weiter darüber reden, werden sie einfach ausgehaut. Also wollen wir nicht zu sehr in die Pharmaindustrie eintauchen, sondern eben mal so ein bisschen doch beim Universitären bleiben, unabhängig davon, wie jemand dann nachher sein Einkommen erzielt. Ist ja interessant, also inwieweit Universität, also vom aktuellen Stand, jetzt nach über zwei Jahren, also Pandemie und jetzt diesen internen Veränderungen, inwieweit also Universität sich tatsächlich noch als Ort von Lehre, Forschung, kritischem Diskurs positioniert. Also sind da Mängel weiter verschärft worden oder kann man sagen, nee, man hat bestimmte Sachen auch verstanden, also gerade was den kritischen Diskurs anbelangt? Also es ist sicherlich weiterhin ein Ort der Lehre und der Forschung. Dass der kritische Diskurs sich wesentlich geöffnet hat, ist schwierig zu sagen, weil ich würde sagen eher ja, aber mit Betonung auf eher und dass das auch von den Umständen abhängig ist, dass das eher einzelne Leute oder Gruppen sind, die dann auch eher bereit sind, mit einem zu reden, weil sie vielleicht schon das dritte Mal sich haben spritzen lassen, dann der Mathematik fähig waren und sich ausgerechnet haben, am Ende dieser ganzen Sache werde ich vielleicht bis zu acht Mal geimpft sein und das will ich eigentlich nicht. Und dann kommt so ein bisschen dieses Umdenken von ich ziehe all meine Informationen aus Staatsfernsehen, sprich ORF, und frage mal die Leute, die sich von Anfang an nicht haben spritzen lassen, warum genau hast du das getan, warum bist du bis jetzt impffrei geblieben? Und da entstehen immer wieder sehr interessante Gespräche, weil die Leute vielleicht ein bisschen mehr als vorher durchsehen, weil ja auch Massenmedien mittlerweile einen anderen Kurs gefahren sind und dementsprechend ist der Diskurs etwas offener geworden. Etwas offener geworden bringt ja sofort genau genommen mal so die Grundthematik der Universität und Hochschule auf den Plan. Also in einem anderen Zusammenhang, in der ersten Sendung hat es ja auch gesagt, dass sich das auch sehr verengt hat, dieser Diskurs. Im Laufe der Studienzeit wäre das zu beobachten gewesen, jetzt kommt man ja dahin, wenn man das als Grundproblem kennt, ist das etwas, was die Studenten stehen auf, auch ändern wollen, also diesen Raum zu vergrößern des Diskurses. Und die Frage dazu wäre natürlich, glaubt ihr, dass das möglich ist, dass man das überhaupt verändern kann? Ja sicherlich, dass der Diskurs im Moment so, sag ich mal, eng, engstirnig ist, liegt ja mehr daran, dass wirklich über die letzten zwei Jahre systematisch über Medien gehetzt wurde und gespalten wurde, mit Einschlägerrhetorik, Stichwort unsolidarisch, und dass die Leute nach zwei Jahren des Hörens des Wortes unsolidarisch natürlich sich irgendwie mal denken, was bedeutet das? Weil wie es in der menschlichen Natur liegt, verliert etwas an Wert, wenn es öfters vorkommt und genauso verhält es sich mit diesen Begriffen, die man früher als Kampfbegriff einordnen hätte können. Und diese Menschen hören dann die gesamte Zeit, dass das schlimme Menschen schlechte Menschen seien. Doch nach zwei Jahren ist es schwerlich möglich, nicht irgendwann mal Kontakt mit einem impffreien Menschen gehabt zu haben, den man dann sympathisch fand. Das ist auch das, was ich persönlich sehr wichtig finde, dass man dann als impffreier Mensch nicht alle verteufelt, die die Spritze hatten, sondern sagt, dass ich zumindest hin und wieder versuche, auch auf sie zuzugehen, mit ihnen zu reden und offen zu fragen, wie siehst du das Ganze, wie fühlst du das Ganze? Das ist ja auch einer der wesentlichen Punkte von Studenten stehen auf, weil wir Leute dazu einladen, mit uns kritisch zu reden und sie beispielsweise, wenn sie der allgemeinen offenen Chatgruppe auf Telegram beitreten, nicht gleich verbannen, wenn sie meinen, dass Impfen sinnvoll sei, sondern dass man auf sie eingeht, mit ihnen redet und im besten Falle natürlich auch ein konstruktives Ergebnis erzielt. Ein konstruktives Ergebnis kann ja sein, dass man feststellt, dass man einen Punkt keine Übereinstimmung hat und den dann einfach zurückstellt als Diskussionspart, käme dann sofort die nächste Frage, also hin zur Universität grundsätzlicher Art. Also die Art und Weise, wie heute ausgebildet wird, orientiert sich sehr, sehr stark an den Bedürfnissen von Wirtschaft und Verwaltung, ist also eher technisiert, möchte ich fast sagen, und offensichtlich auch auf einem Weg sich weiterhin zu technisieren im Sinne von Wirtschaftsinteressen. Wie steht eure Organisation dazu? Ist das ein Motivationspunkt, wo ihr sagt, ja, da müssen wir auch eingreifen, weil es nicht nur um Nutzbarkeit von menschlichem Know-how geht, sondern eben halt auch tatsächlich um Erweiterung von Bewusstsein, Weltsichten etc. Genau, das ist einer der wesentlichen Punkte, die wir folgen, beziehungsweise wo eigentlich so ziemlich jedes Mitglied damit übereinstimmt, ist, dass der Individualismus mehr gefördert wird, dass der Mensch nicht ein Zahnrad in einer Maschine ist, sondern ein Teil einer Gesellschaft ist, aber eben auch ein Mensch alleine. Weshalb wir natürlich solche grundprinzipiellen Sachen wie, man muss etwas tun, sich einer medizinischen Behandlung unterziehen, weil andere das fordern, natürlich grundprinzipiell ablehnen, weil es eine persönliche Entscheidung ist. Und ja, dementsprechend kann man natürlich immer wieder den Begriff My Body, My Choice verwenden, der ursprünglich anders geprägt wurde, aber lustigerweise von Menschen, die ihn geprägt haben, dann ziemlich links liegen gelassen wurde in dieser Thematik. Wo geht die Reise von Studenten stehen auf hin? Also eher zu einer überdauernden Bewegung oder einer Bewegung, die ähnlich wie ein Verein sich auf ein Segment konzentriert, sich für die Rettung von Tieren oder Pflanzen einsetzt, bestimmter Arten, aber letztlich am Großen und Ganzen nichts ändert. Wie ist da deine persönliche Auffassung von, also was muss man sich unter Studenten stehen auf, motivatorisch vorstellen, in welche Richtung bewegt sich das Ganze? Also allgemein wird sehr viel auch bezüglich der Zukunft beredet, unter anderem, ob wir uns auch anderen Themen widmen. Allerdings ist das wie gesagt gerade in Besprechung, weshalb ich jetzt nur meine persönlichen Erfahrungswerte, in denen ich Stauf nicht repräsentiere, schildern kann. Ich persönlich nehme wahr, dass sich das Ganze in eine Richtung entwickelt, wo man einfach einen vor allem auch freundschaftlichen, starken Bund aus kritisch denkenden Menschen geschaffen hat, die auch bereit sind, grundprinzipiell sich anderen Themen zu widmen. Weil diese ganze Pandemie um die Maßnahmen herum ist ja eher ein Symptom, denn die Ursache. Weil die Ursache einfach ein System meiner Meinung nach aus Freund der Wirtschaft ist, wo sich halt bevorteiligt wird und wo halt Milliardenverträge zwischen Konzernen und der EU abgeschlossen werden und dann hat man Impfdosen, die man einfach irgendwie loswerden muss, wodurch es natürlich praktisch ist, wenn dann eine Impfpflicht kommt. Dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass wir uns irgendwann mal andere Themen annehmen, uns da auch geschlossen dahinter stellen und sie behandeln. Vor allem, dass wir generell ein Pool bleiben für junge Menschen, die vielleicht nicht der aktuell verfolgten Meinung der ÖH zustimmen und denen wir dementsprechend dann auch eine Stimme geben können. Oder allein nur einen sicheren Platz zum Austausch, wo man nicht gleich als irgendjemand beschimpft wird. Wir kennen eh die üblichen Kampfbegriffe, die verwendet werden aus der Politik, wenn man eine dem Mainstream abweichende Meinung äußert. Also Schwurbler. Das stimmt, das ist ein Begriff, der tatsächlich dafür geprägt wurde. Und allein dadurch, dass das so übertüncht verwendet wurde am Anfang und auch von uns aufgefasst wurde, ist es für mich beim besten Willen kein negativ geprägter Begriff mehr. Also ja. Also Schwurbler als Qualitätsmerkmal im Sinne des kritischen Denkens. Ja, gewissermaßen. Natürlich, wenn man das jetzt in einem sachlichen Diskurs aufbringt, würde ich das eher beschreiben als eigenständig denkender Menschen. Aber heutzutage ist eh alles, was eigenständig denkt und die Meinung nicht aus dem Fernseher hat, ein Schwurbler. Insofern, also wer eigenständig denken will als Student, ist durchaus willkommen bei Studenten stehen auf. Definitiv. Das war Rainer Wein, der politische Podcast aus Wien. Mein Name ist Gunther. Mein Gast war Benjamin Furian. Danke sehr. Freunde, Studenten stehen auf. Danke sehr. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020